Willkommen zurück. Es geht weiter bei Let's Play James Bond, ein Quantum Trost. Im letzten Partei hatte ich ja mit einigen Grafik-Bugs zu kämpfen. Und ich hoffe einfach... Stirb! Ich wollte mich eigentlich nur anschleichen, aber du hast es so gewollt. Mach Mut zu, Mann. Ach so, war ich auch ein Handy. Ja. Gut. Gibt es eigentlich Kameras? Oh ja, und eine Wache. Okay. Ah, da ist er. Ähm. Uh. Wo ist der... Ah, da ist der scheiß Kasten. Äh. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Gut. Das war kein Problem. Wo ist jetzt die Wache? Gut, die kommt jetzt nach vorne. Und da werde ich sie überraschen. Okay. Was ist das für eine Kugel? Ist ja eigentlich auch egal. Gut, das ist eigentlich nichts Verdächtiges mehr außer da. Das da wird... Das war jetzt mit einem grünen Strich angezeigt. Heißt das, man kann die Tür aufmachen, oder? Nein. Man kann da in Deckung gehen. Ist da wer tritt, ne? Nö. Ah, grüne Kamera. Okay, der steht da rum. Gibt es da noch jemanden? Jo. Da drinnen. Okay. Anschleichen wird da jetzt nicht möglich sein. Deshalb einfach... ...abknallen. Der andere steht ja immer noch blöd rum. Okay. Ah, hier drinnen. Nö. Wo ist er denn nu? Gut. Wo ist das Scheiß-Telefon? Hallo, ich bin wild. Hier? Nee. Hier. Ha. Alles klar. Muss ich überhaupt rein? Nee. Wo muss ich jetzt hin? Da ist eine Kamera. Kann ich... Fahrstuhl rufen? Nee. Computer was machen? Jo. Aha. So kann ich den Aufzug rufen. Nicht schlecht. Das gab es auch noch nicht. Ja, und jetzt? Wie komme ich damit... Ah, okay. Alle Teams. Die Security auf dem Dach und im Keller wurde ausgetrickst. Wir haben einen Eindringling. Männlicher Weißer. Ende 30. Bewaffnet und gefährlich. Standort unbekannt. Standort. Fahrstuhl. Soweit kann ich sagen. Ja, hallo. Was jetzt? Hier. Durch Fahrstuhl-Luke durchklettern, oder wie? Oder raus. Wir sind weg. Nein. Wir werden sterben. Da durch. Komm, verweg deinen Arsch. Wir haben ein Problem. Hallenteam, ich kann den Aufzug nicht versperren. Woher jetzt hin? Da. Wow. Richtig fett. Dämlich wie Weißbrot. Ja, ich muss noch mal hier lesen. Also, nur Bildchen. Alle Trucks. Die Fragt sofort raus schaffen. Nehmen Sie mit, was Sie haben und los. Treffpunkt um 23 Uhr. Mein alternativen Treffpunkt. Wiederhole. Zurückziehen zum alternativen Treffpunkt. Ach, da bist du. Was ist denn das? Nagelpistole, oder was? Sieht nach einer Nagelpistole aus. Das ist aber nicht. Aber ist mir egal. Was denn? Ach, da drüben. So. Hopp. Darüber geht's nicht. Ah, wo coole Waffe. Hopp, 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 rüber. Mann. Was denn du? Wo soll ich denn dann hin? Hier rein? Kann ja keine Türen öffnen. Ja, da hin. Komm, hopp. Ja, hier nicht mal kaputt, das Glas. Ach, du hast ja eine Treppe. Boah. Alle verbleibenden Männer ins Erdgeschoss. Der Feind ist hinterher auf der Erde. Erledigt ihn. Der Eindringling darf das Gebäude nicht verlassen. Besser als Schalten. Yeah. Das macht Spaß. Ja, wo denn? Oh, wow. Muss noch nicht gleich alles zerstören, hier. Ja, genau das halte ich davon. Nach rüber. Ich kann nicht, doch nicht lang, weil ich ja gegrillt. Oh, ich bin rüber hier. Ach, hier kann ich rüber. Okay. Komm, schieß! Nicht so lange nachladen. Oh, wir bleiben den Nächsten. Oh. Hallo. Wieso brauchst du Hilfe? Du tust doch niemandem was. Ja. Schießt da nicht sowieso bekloppt herum. Oh, scheiße. Scheiße. Was geht ab? Verdammt. Was geht mit den ab? Alter. Ist er doch dämlich. Oh, ich bin hier in irgendeinem Abstellraum. Auf jeden Fall kann da keiner kommen. Das ist schon mal beruhigend. Okay. Es warten genug auf mich. Boah. Boom. Gut. Die trauen sich scheinbar nicht hierher. Auf meine Position. Gut, nochmal gucken. Wie viel... Uah. Verdammte Scheiße. Gut, da oben ist noch jemand. Mach das nicht. Noch mal. Gut, da oben ist noch jemand. Muss ich hier lang? Wo bin ich jetzt? Ne, ich glaube hier auch bin ich ganz falsch. ich muss jetzt in meinem ziel ja das befindet sich dann wohl eher hier was alles exzellente arbeit 007 warst du mein ziel wohl kann sich ja auch nirgendwo und hat das sein center verlassen wenn man den jetzigen zustand beginnt sie soll die security am miami airport anrufen ich glaube hier geht eine bombe hoch dimitrios hat sich einen anderen bombenleger gesucht der flughafen evapuiert die rückwarte den büros von terminal c ein fehlalarm fehlalarm hier ist kein feuer ein ablenkungsmanöver hier geht was anderes vor die mitte gehört werde nie einen einzelnen mann schicken er muss verstärken haben kümmern sie sich zuerst um sie das terminal ist fast leer und das büro eingenommen nur noch unsere leute sind hier wie lange dauert es bis wir den netzwerkverkehr kontrollieren passiert bereits es dauert etwa zwei minuten um das gesamte netzwerk zu infizieren und der netzwerkverkehr des flughafens ist ausgefallen wir glauben sie haben einen trojaner eingeschleust klinken sie uns in den nächsten server ein damit wir von hier aus eine umleitung schalten können suchen sie nach servern in einem extra computerraum hinter sicherheitsglas ok und damit beende ich dann auch erst mal diesen part bis zum nächsten teil Ciao